Der Handfeste Koop Ich wollte mich nicht wiederholen, so ist es ein komplett anderer Track. Der Track hat starke Techno-Einflüsse, ganz anders als erwartet. Neben P. Diddy und Bowie sind auf dem Training Day-Soundtrack unter anderem Dr. Dre, Snoop Dogg, Nelly und Macy Gray mit am Start. Wir haben bei dem Song den Soundtrack im Hinterkopf gehabt, aber wir wollten auch eine Platte machen, zu der man singen und tanzen kann. Die Politik sollte den Musikgenuss nicht verdrängen. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020